Hallo, 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 der Scheune bringt, ruf die Feuerwehr, in Zürich an, der Feuerwehr durch die Zeltung. Glückwunsch, und jetzt lasse ich euch. Also, ihr habt einen guten Tag, dazu eine TSA zu 800 Liter für Mühle Wasser zu verweisen. Und die Kameraden werden nun gleich starten und den Rechteangriff vollziehen. So gibt auch noch der Herrlein, also Kupfer Meldwitz, ist hier der Koppführer von dem Hornleben. Und die Jungs gewinnen nun erstmal den Sack dieser Reihen. Der Sack, ja, an der Markvollseitenkupf. In der Mitte sieht man schon, dass da Verbrauch gesetzt wird. In ihm wird dann über ein K-Sharp und zugegriffen, dass er gleich darf, wo sie verbrauchen werden, wie lange. Und dort wird dann verkeilt auf drei weitere C-Längen, zum Beispiel eine B-Länge. Und dann wird dann, wenn es dann halt so, dass immer ab dem Portal und dann gleich die Traunzeuge zu den Zeltung anbeginnt. Das bedeutet, tut es halt auch so, dass wenn zum Beispiel, ja, größere Schaden, sagen sinnvolle Häusern, dass da einfach so gesetzt werden muss, dass keine Nachtsiege in der Regel ist. Wie mit einem Portal und Traun, bedeutet das, wenn es dann auch so ist. Wie man sieht, wird das alles Stück für Stück verstanden. Wenn ein Unterklaas brennt, braucht man natürlich auch nicht. Unbeschützt und unabschwärts, das ist jetzt für die Interaktion genau. Denn, man merkt es sich, also wenn ein Kettenmaß braucht, das bitte gehen Sie niemals. Wir haben ein Kettenmaß, lieber zum Fenster. Wenn ein Kettenmaß ist für die Kase, wenn die Konzentration der Sprecher nur bestreicht, wo das ein Kettenmaßler trifft, geht es nicht. Sie sind ebenfalls übertausend in Orge, denn, da ist es in der Regel nicht nur bestreicht, wenn ich das eigentliche Mal bei der Schade nicht gesetzt bin. Auf, auf, auf! So, man sieht ja jetzt, dass die Kameraden und die Schneider heute in der Tür durchkontrolle sind. ... und kann sich diese auch in der Türkei finde, ... und den Tempel, der airplane nach der Türkei zeigt, 1,5 km Untertitelung. BR 2018